Musik Urkunde, wir bedanken uns für das Engagement, sich für die Polizei im Landtag von Baden-Württemberg einzusetzen und verleihen dem Abgeordneten Dr. Boris Weihraub, Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg in Anerkennung und Verbundenheit mit Polizei, Oskar und Gold. 26. September 2020, Thomas Mohr, EDV-Vorsitzender Mannheim. Bitte schön, da kommt er auch gleich. So sieht er aus, Sie haben das verdient. So sieht er aus, Sie haben das verdient. So sieht er aus, Sie haben das verdient. So ist es, Sie haben das verdient. So sieht er aus, Sie haben das verdient. Bis zum nächsten Mal.